Moinsen Leute, was geht? ExoPayne hier. Es ist nun schon seit ne Weile her, seitdem ich mal hier, äh, äh, neues Vindictus-Video gemacht habe. Ich glaub so drei Monate sind's jetzt hin, aber, ja, ich hab immer etwas für euch gefarmt und wollte es mal aufmachen. So, da, tausend von diesen Bildern-Boxen. Eintausend Stück, wenn ihr wollt, könnt ihr nachzählen. Also, fangen wir mal gleich sofort damit an. Äh, ich will mal wissen, was ich da alles rausbekomme. Auf jeden Fall ein Haufen Farbe bestimmt. Vielleicht, aber wirklich nur ganz vielleicht, Flügeln. So. Ich mach das dann so, dass ich dann erstmal hier, ja, wie sag ich mal so schön, erstmal 100 aufmache und danach schaue. So, wo ist das jetzt? Da haben wir schon mal silberne Flügel. Jo, und... Oh mein Gott. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Rest nachher aussehen wird. Das wird abgrundtief voll sein. Okay, weiter zum nächsten. Wir gehen mal so komplett durch. Ich hoffe, ich gehe kein Disconnect. Darauf habe ich jetzt nämlich gar keinen Bock, wenn ich das passiert. Ach ja, fürs Farmen habe ich also das komplette Event fast ausgenutzt. Also, ich bin da nicht bei weggekommen, kann man sagen. Ich musste noch gestern noch, ähm... Keine Ahnung, 3 Uhr nachts war es noch. Habe ich noch den letzten noch bekommen. Und dann einfach noch schlafen. Einfach nur schlafen gehen gegangen. Äh, nicht normal. Das war einfach nicht normal, war das. 220, 15, 15. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Kohle ich nachher daraus machen kann. So, es sind nun 300 schon weg. Hä? Die auch noch? Krieg mal die auch noch daraus? Okay. Und... Wieder ein Haufen Farbe. Und Patz. Das ist gut. Patzen immer gut. Perfektes Weiß. Nee, doch nicht. Schade. Hä? Kein perfektes Weiß? Ah, perfekt ist schwarz. Wieder... Passt, dann habe ich eine Modenschau, die ich nachher machen kann, anscheinend. So, weiter geht's. Hm, da. Fangen wir langsam an und los. Ich glaube mal mit Tränken und den ganzen Mist, da habe ich jetzt erstmal nach die Nase voll. Das Event hat sich wirklich gelohnt, es die ganzen Boxen zu fahren, wie es aussieht bis jetzt. Ich habe das nicht wegen der Kohle gemacht, also ich habe es einfach mal gemacht, um hier die ganzen Supplies-Items hier, also die ganzen Unterstützungs-Items mal herzubekommen. So, das SP-Tränken habe ich jetzt bestimmt schon über 100 Stück, müssten fast 200 jetzt sein, schon wieder silberne Flügel, okay. Farbe, mal gucken. Ja, das geht schon. Pink. So, jetzt öffnen wir mal einfach 200 Mal und danach mal nachschauen. Nach, das große Finale, 400 auf einmal und dann mal nachschauen, was da rauskommt. Auf jeden Fall, die Boxen zu öffnen, war viel schwieriger, als die jetzt aufzumachen, zu bekommen. Dieser dämliche Reisende. Jedes Mal musste ich mir eine einzelne rausholen, immer wieder. Tausend Mal musste ich hier unendlich mal klicken. Ich glaube, ich weiß nicht, Finger haben keine Muskeln auf jeden Fall, aber wie ich bis jetzt gehört habe, aber eine Sehne anscheinend. Und wenn die entzündet ist, dann ist das Problem. Aber ist ja Gott sei Dank nicht passiert bei mir. Aber ich hatte schon dieses Gefühl, auf einmal, dass da irgendwas abbrennt gleich bei mir. Schneeweiße Flügel, auch nicht schlecht. So. Oh, Hammer, 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 13 Reihen schon, Alter. Hammer, Hammer. Oh, Hammer, Hammer. Das ist aber eine Menge Farbe. Oh, mein Gott, Alter, ey. Ach, du heilige Scheiße. Mehr kann man dazu nichts sagen, anscheinend, ne? So. Noch einmal hier Finger anspannen und los geht's. 400 jetzt auf einmal und dann haben wir die Sache hinter uns. Ich weiß jetzt nicht, wieso kein Background-Sound ist, aber ist mir egal. Ich bin nicht Professional. Lol, jetzt hat sogar geleckt. 10 Boxen auf einmal und jetzt sind wir weg gewesen. Oh, Brakey macht Deathshadow. Nebenbei, vom Brakey habe ich das Keegan-Set bekommen. 440 Millionen. Ach, komm, 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 komm. Geh runter. Oh, nächstes. Oh, bitte lass es kein Disconnect geben, Alter. Ich hab echt keinen Bock auf den Disconnect. Man muss sich schneiden. Das Video und ich habe keinen Bock auf Schneiden. Also die Zeit öffnet sich viel langsamer, als ich die öffne. Oder? Ne. Bin ich echt so langsam? Ach, krampf im Finger, krampf im Finger. Los, schneller, schneller, krampf. Ach, ach, scheiße. Ach, so, 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 so. Ja, fertig, Gott sei Dank, aber auch. Oh, 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 oh. Black Wings. Golden Wings, Black Wings, Golden Wings. War keine Dämon, aber ich sag mal, Wayne Train. Mir egal. Ich mach weiter. Mal gucken. Oh, mein. Da sind die mal jetzt mal wieder hier von 13 auf 19 gekommen, oder? Also ich habe sehr viel perfektes Schwarz. Und ein bisschen Perfekt, das weiß anscheinend, wie es aussieht. Auch mal. Das ist doch super. Also, ich bin froh eigentlich. Also, selbst wenn ich die Monenflügel nicht bekommen habe, ich wollte sie sowieso verkaufen. Wollte sie nicht behalten. Äh, bin ich deswegen trotzdem noch hier recht zufrieden, ja. Ich fehlen gerade die Worte, ich habe zu viel gefarmt. Das ganze gefarme und dann so ein paar Minuten wie, so ein ganz kurzes paar Minuten Video und dann einfach nur so plupp, alles raus. Äh, achso. 18 also. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist die eine Reihe jetzt mit... Oh mein Gott, wenn ich das alles jetzt nachher ordnen will. Das muss doch irgendwo diese Ampullen sein, wo man die Farbe selbst da auch noch raussuchen kann. Wo ist die jetzt? Egal. Ich sag mal, nachher gibt es noch ein paar andere Videos. Schön, ne? Ja, so. Haut rein, Leute, ne? Genau.